um neun ist training da brauche ich energie also erstmal eine dose cola und kuchen ist auch gut noch schokorie ist lecker und natürlich darf die nutella nicht anton sag mal spinnst du das kannst du nicht essen das ist nicht gesund aber wieso ich brauche doch energie fürs training ja aber du brauchst vitamine zum beispiel orangensaft das hat vitamin c und trinken ist gesund und den schokoriegel den kannst du vergessen der ist doch aber lecker hier hast du ein brötchen super idee mit nutella oder nein aber zum beispiel mit honig oder marmelade und proteine sind wichtig zum beispiel ein frühstücksei das ist gesund und lecker und was noch milchprodukte fehlen noch zum beispiel joghurt oder müsli mit milch und obst zum beispiel ein apfel und jetzt hast du das optimale frühstück dankeschön schwester herr und dann und 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 und